Schnell, wir müssen die Schleusentore öffnen. Ich kümmere mich um die Bewässerung. Wasser in der Wüste. Wir haben es geschafft. Was ist das denn? Die Invasion der Dampfmaschinen? Chirmische Spinnung. Faszinierend. Ich vermute, dass Pfeil und Bogen gegen diese Ungetüme machtlos sind. Aber meine Türme sollten sich als ausgesprochen nützlich erweisen. Einige davon strategisch gut platziert und die Seas dürften eine böse Überraschung erleben.